Wer ist dabei? Bin der Weiz! Macht euch bereit, denn hier kommen die Ugly Dolls! Ich hab drei Gehirne und ich bin süchtig nach Suppe! Im Ernst? Yeah, schüttel dein Speck! Mit Stimme und Gesang von Lina Larissa Strahl. Man muss uns einfach lieb haben! Oder quasi Katze? Ugly Dolls, ab 17. Oktober im Kino.